Ich glaube, du musst ihm die freie Hand geben, dass du sagst, pass auf Kloppo, wir erarbeiten vielleicht ein gemeinsames Ziel, wo wir hinwollen, aber wie du das machst, um dahin zu kommen, das bleibt dir und dein Team überlassen, da wollen wir dir auch gar nicht reinreden, wir machen das im Gleichschritt und dann kann Klopp erfolgreich sein, hat er ja bei Liverpool auch gesagt, er hat gesagt, also er wartet jetzt hier erstmal nichts, aber gib mir mal vier, fünf Jahre und genau der Erfolg hat ihm ja recht gegeben, genau Punktlandung und große Titel nach Liverpool geholt.